Am 20. März 2023 beginnt die Windelfrei-Woche 2023. In dieser Woche wird es bei mir auf dem Kanal immer informative und kleine Windelfrei-Informationen geben. Wenn du bereits jetzt schon neugierig bist, was Inhalte einer Windelfrei-Woche so sein können, dann schau dir doch einfach die Videos von den Windelfrei-Wochen 2021 und 2022 an. 2021 gibt es echt coole Interviews und 2022 habe ich ganz viele Alltagstipps hier auf meinem Kanal veröffentlicht. Die Playlists sind hier verlinkt. Die Playlists sind hier verlinkt.